Was ist die Fertigung transparenter und papierlos zu gestalten? Wir bei Brette sind schon seit langem dabei, die Fertigung transparenter und papierlos zu gestalten. Dazu sind seit vielen Jahren auf allen unseren Produkten Fertigungs-Identifikationsnummern gelasert oder gelabelt. Und diese bilden die Basis für das spätere Tracking, für unsere Regelkreise, für unsere Rückverfolgbarkeit und für die Qualitätstore. Seit der Einführung der Software Kompass sind wir in der Lage, Maschinen direkt über die Schnittstelle anzubinden und brauchen keine manuelle Erfassung mehr zusätzlich durchzuführen. Dies ermöglicht schnellere Erfassung, mehr Daten im System und die einfache Generierung von Regelkreisen. Mittels des Programms Online Viewer, den man hier sehen kann, können wir Dashboards generieren und können dort direkt den Status der Maschinen einsehen, den Qualitätsstand, die Laufzeit der Maschine und sämtliche Informationen, die den Werker betreffen, anzeigen. Auf diese Weise ist es möglich einzugreifen und weitere Dashboards direkt den Werker am Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, um die Qualität zu verbessern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020